Mitten in einem unendlichen Reich von Erde existiert eine sehr unwahrscheinliche Welt. Die Windgötter haben sich gegen uns gebannt. Asposien steht vor dem Untergang. Robert ist ein einfacher Novize. Keine Sorge, ich bring alles wieder in Ohr. Nein, Robert, Junge, bleib hier! Doch dann trifft er Laura. Und was glaubst du, was du da machst, du Clown? Ich, ähm... Laura hat eine Mission. Ich muss meinen Vater finden. Und du hilfst dir dabei. Stell dich einem unglaublichen Abenteuer. Löse das Rätsel um die Windgötter. Und begegne dabei dem stolzen Volk der Asposa. Interessierst du dich schon lange für Mühlen? Toll, ich sitze fest im Wald der Bekloppten. Gemeinsam mit Robert findest du eine Wahrheit, die Asposien für immer verändern wird. The Inner World erscheint im Juli 2013. Kannst du mir das erklären? Ähm, ich habe die Fallen entschärft.